So, hallo Leute, willkommen zurück zu Der Jagdzockt und der letzte Hauptmann zum Brandmarken, um diese Mission hier freizuschalten. Ja, genau, deswegen hier los geht er, der Peter. Ja, so, die letzten waren ja relativ zügig vorbei, also werde ich wahrscheinlich jetzt den Hauptmann hier auch übernehmen und dann einfach hier die nächste Hauptmission starten. So, das heißt, los geht's. Genau den hier, Oktrak, der Mörderische. Der Häuptling wird sich an den Legenden deines Schwertes beweisen wollen. So, die kann auch gerne zu spüren bekommen, durch Kampf- oder Boden-Hinrichtungen. Na dann, Bäm. So, das war die Nummer 1. Gut, das war jetzt schon mal nichts. Au, au, au. Und, zack, die Nummer 2. Zack, die Nummer 3. Und, zack, die Nummer 4. Und, zack, die Nummer 5. So. Ist ja jetzt der Kerle da. Genau. Genau. Nur noch viele Lonne muss sogar weiter machen. Mein Herr will dich zu Hackfleisch verarbeiten. Wir übernehmen das für ihn. So, dann bin ich natürlich gefahrzeugt. Den hier. Offenbar hat mich die Wandel in der Leiche gefunden. Bald liegt sie wieder unter der Erde. Wunderbar. Schöner Text. Ähm, jo. Also ich dachte, eigentlich... Äh, shit. Äh, fuu. So, äh, dass ich den Schlag jetzt ausgib, ich nab. Auch. Gut, der ist jetzt doch tot. Hm, also der letzte... Der, oh, yo. So, jetzt hab ich mittlerweile, glaub ich, auch alle getroffen hier. Ach, auf jeden Fall, das hier. Also ja. Mal noch ein bisschen runterhauen. Das war jetzt aber nicht der, den ich jetzt doch der Saison scheiße. Sonst alle kannst du nicht besiegen, Tork. Die Moon gegen Fondkampf. Gut, da muss ich das wohl, wenn wir das so machen. Jawoll, wunderbar. Oh, süß. Hilfe. Beherrschen. So, was machen wir jetzt hier mit dem? Redemy. Gut, den haben wir jetzt auch. Plim, Herr und Meister. Doch, noch ne Trophy mehr. Äh, doch, zurück, ne, oder? Genau, sogar noch mehr. Ähm. Ja, machen wir jetzt einfach mal Informationen sammeln. Wir nehmen wir denn da jetzt, auch den hier. Buk, Buk, der Verschlinger. So, freigeben. Neue Aufträge ist verfügbar, richtig. Zum Beispiel da hier. Die Hauptmission dahinten. Wenn ich in einen Kampf gehe, möchte ich immer einen guten Jäger bei mir haben. Es ist jedes Mal ein Hochgenuss, wenn ihre Späne sich durch ein paar Köpfe vorhren. So. Äh. Die ist jetzt eigentlich wo? Hier. Ach, was soll's, gehen wir mal schnell mal eine Reise dahin. Und dann ab zu Herr von Mordor. So. Genau, dein Dortmund, da. Das ganze Zeug haben wir schon. Zack. Herr von Mordor, deine Streitkräfte erwarten deinen Befehl. Die Zeit ist gekommen, einen vernichteten Schlag gegen die schwarze Hand auszuführen. Jawohl. Wir möchten dir danken, dass du uns Hilfe leistest, Kapitän. Ich hätte nie gedacht, dass meine Schmuggeleien jemals von der Königin so wertgeschätzt werden, Milady. Sie sind hier. Ochs. Das sind üble Zeitgenossen. Aber ich hab schon schlimmere verschifft. Königin Marvin, es tut gut, euch wohl aufzusehen. Die Boote sind bereit. Die Kapitäne wurden über dein Ziel informiert. Gut. Wie lange werden diese Orks dir gehorchen? Ich schätze, solange ich es will. Ich stehe an eurer Schuld. Wir schulden dir unser Leben, Talion. Setz diesem Wahnsinn ein Ende. Milady? Hm. Sehr interessant. Ich bin mir nur nicht sicher, was ich jetzt genau machen muss. Der ist schon wieder. Der ist sie wieder ein Erzfeind. Für Mittelerde! Lustig. So, bam, bam. Selbst da lachte noch. Die letzte Abrechnung steht bevor. Die Festung der schwarzen Hand. Finde die schwarze Hand. Äh. Jo, mal schön den Lüchstüchtig. Das ist eine Falle. Die Stille täuscht uns. Welche Art von Maki ist das? Ich habe dich nicht erwartet. Ich hoffe, meine Soldaten hatten dir einen gebührlichen Empfang erratet. Wo bist du? Zeig dich mir! Dies ist das Land des Tons. Die schwarze Hand ist auf der Suche nach dir. Doch ich werde dich mit Freuden höchstens. Knie nieder. Und ich bringe dich dem dunklen Herrscher unversehrt. Wir knien vor niemandem. Der dunkle Herrscher verzeiht dir, Kelebrimbor. Kehre zurück und verlasse diesen Menschenkörper. Steh auf und kämpfe. Zu welchem Zweck, Waldläufer? Kelebrimbor ist dein Fluch. Er hat dich erwähnt. Schweiß still! Und er kann dich jederzeit verlassen. Ja, das ist alles, was du bist, Waldläufer. Ein Wirt für den Ringmacher. Wie schön gegen solche Schwäche. Schmerz. Okay. Und hier unten? Oh, wo war denn sie, Herr Gott? Warum bist du nicht mit uns gesteilt? So, zack! Wofür kämpfst du, wach? Mhm. Wir wissen was aus dir. Äh, was ist denn jetzt los? Was sind wir hier oder was? Nein! Nein! Der Tod trägt nach dir. Ich werde dich wieder und wieder tot lassen, bis du einsiehst, dass du unter der Erde bleiben und nie mehr gehen solltest. Hm. Na? Genau, jetzt. Perfekt. Hm. So. Nehmen wir mal den. Keine Ahnung. Es sind ja mehrere hier. Geh zu was. You're it. Aha. Hm. Mysteriös, mysteriös hier alles. Ich bin halt hier mal. Na. Ich würde gerne hier oben hoch. Geht nicht. Gut. Dann hier. Ja. Hm. Das ist ja wie am Anfang hier. Ihr sollt eure Familie nie wiedersehen. Ich hasse Krieg damit. Alter! War allein dein Werk! Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Ich verlasse dich gern. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Was bleibt, ist die schwarze Hand. Nicht mehr lange. Okay. Ich trage ein Kind. Also geil gemachtes Ende jetzt hier. Ich war gespannt, wie es weitergeht. Weil anscheinend geht es ja noch weiter. Ich wollte es ablegen. Weil wir euch beide dort verstecken. Vielen Dank, Carlos. Ich tue das nicht für dich, sondern für meine Tochter. Ich tue das nicht für mich. Ich tue das nicht für dich. Das ist schon von Mordor Erfolg. Wir müssen zurück zu Königen Marvin. Die schwarze Hand war dort. Ich kann es spüren. Mordor in Flammen ist jetzt verfügbar. Okay. um Jo, ganz klar, ne? Schau doch mal, was da hier so weiter abgeht. Die Folge werde ich jetzt einfach mal noch hier ein bisschen länger machen, weil das ist einfach nur das grandiose Filial, das wir nicht unbedingt hier in zwei oder drei Teile zerschnippeln. So, genau, hier ist das Ding. So, mit diesem Auftrag nimmt deine Reise ja Ende, sobald du ihn abschließt, kannst du von dem Punkt weitermachen, an dem du ihn begonnen hast. Hm, jo, na, machen wir das einfach mal. Du bist nach Nuren zurückgekehrt, um festzustellen, dass die schwarze Hand bereits vor dir da war. Oho. Ich bin deine Vergeltung, ich werde fragen. Warum kennst du mich? Ich bin deine Vergeltung, ich werde sagen. Wir werden bald zu sein. Verinnerung. Bald, Celebrimbo. Bald. Garstige Beister. Sie wollten dies. Doch wir stahlen es von ihnen. Los Angela! Nein, rot. Du bist aus. Alle. Aber wir sind die Schiffen, Patul. Das war's für heute. Ich hab ihn, dreckige, kleine Diebe! Dieb! Dieb! Er gehört ja schon immer. Wo verstecken sie es? Wo? Verschwinden. Der Schatz gehört uns! Uns! Sauer weiß, dass wir ihn hier zu tun. Lassen wir ihn nicht weiter warten. Ja. 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 und ich nehme an das auch die Augen zu holen können ein einzelner Mann zerlegt ins Motor das war aber ein gewaltig langer Ladebalken achja ja los machen ich bin gekommen so dann reite ich jetzt hier mal komplett durch das ok so einfach zuweisen kann ich den jeweils schon mal nicht was heißt denn die Musterschläger die ganze Zeit die Kralle ist schon mal um um sein Tod gut uja nice noch einer down Die fünfte Kralle? Ach, nö. Hast du Brandwunden? Alter, da war gar nichts mehr hier. Der nächste hier auch noch, nein, das war falsch. Gut, anspringen geht bei ihm aber auch nicht. So, steh auf. Ach. Hm. Hm. Gut, dann lasse ich den noch mal. Ich glaube, ich habe ihn nach wie vor wieder ein weniger. Bam! Das war die erste Hand. Die erste Kralle der Hand. Du, du, du. Dann müssen wir kurz so alles wieder einsammeln. Ach ja, die E2. Bam! Die zweite ist auch down. Ha! Ja, der da hinten ist auch nicht so ausschließend aus. Hm. Fähigkeit frisch halten. Nehmen wir da noch eine mit. Doppelter Angriff. Äh, ja. So. Oh. Wunderbar. Dritte Hand ist auch weg. Wunderbar. So. Erklimme das schwarze Tor. Okay. Hm. Ich werde mir sicher sagen, dass wir hier so ein Kräuterli mitnehmen. Es wird so enden, wie es begann. Mit Schatten und Flammen, die auf das schwarze Tor fallen. Der Hammer und der Turm sind tot. Sauron ist noch immer schwach. Ohne die Macht des einen Rings oder der des Ringmachers kann er keine Gestalt annehmen. Er bleibt in Mordor gefangen. Dort ist er nicht mehr als ein flammendes Auge, gebunden an seinen dunklen Turm. Und endlich kann ich sterben. Niemand wird mich rächen. Oh. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das genauso auch hinkriegen. So. Also hier hinten, ne? Ja. Ha. Ich habe ein Geschick für dich. Kele Brembo. Ja. Ah! Oh! Uh! Uh! Yeah! You! Ah! Oh. Oh. Ah. Ah. Autsch. 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 Da, was sagt man, stimmt". Was ist jetzt? Kann ich ihn weglegen? Dies ist nicht länger unsere Schlacht. Ich wollte ihn bekämpfen. Es ist nicht möglich. Kannst du wirklich ewig mit dem Wissen ruhen, dass du ihn hättest aufhalten können, aber es nicht getan hast? Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Das war mir fast klar. Tja, die abgeschlagene Hand. Gut, das Abspann muss man sicher nicht wirklich geben, wenn man das überhaupt hier abbrechen kann. Ah, lädt. Okay, alles klar. Ich werde dann schon mal wäre, der das lädt. Mal nachgucken, was jetzt hier der Trophäenstand ist, dass ich genau weiß, dass ich muss. Äh, okay. Ich selber bin irgendwo hinterworfen. Gut, in dem Fall kann ich halt doch nicht nachgucken. Ich wundere mich aber, weil ich habe ja hier noch Freunde, die online sind. Äh, na ja. Schade. Dann werde ich das halt mal danach nochmal machen, sobald es ja mir dort zur Verfügung steht. dass ich natürlich die restlichen Trophäen dann in dem Fall jetzt noch nachmachen werde, um diese Platin Trophäe zu erhalten. Und ab da dann logischerweise ist dieses Spiel auch in meinem Losttopf für alle, die ja meine Abonnenten sind. Damit ihr das Spiel dann auch bekommen könnt. So. Jetzt mal hier gucken. Ah, überspringen. Wunderbar. So. Morder in Flammen Erfolg. Glückwunsch, du hast die schwarze Hand Saurons besiegt und Sauron zurück in die Ruinen Varadurs getrieben. Doch der Schatten des dunklen Herrschers verbleibt. Halte den Ansturm seiner Armee zurück, indem du weiterhin Hauptmänner und Häuptlinge jagst, die verbliebenen ausgestoßenen Mörder rettest, die noch verborgenen Geheimnisse und Sammelstücke findest und die liegen deine Waffen vollendest. Mhm. Gut, da habe ich ja in dem Fall nur eigentlich hier diese letzten Trophäen, die mir hier noch fehlen. So, alles andere brauche ich hier gar nicht mehr machen, weil habe ich schon. Okay, sind es jetzt. Ah, da sind es komplett wieder neue. Dann zählen meine jetzt hier nicht mehr. Ziele? Nee, mhm. Der untötbare. Ja, das würde ich halt gerne mal wissen. So, wie du unterbrochen. Ich habe die neue Schatten, die PS4 9. Ah, ha. Ja, genau. Also auf jeden Fall werde ich es jetzt mal so machen. Ich höre hier mal an dieser Stelle auf. Guckt mal nach, welche Trophäen mir noch fehlen für die Platin. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Also Leute, haut rein. Viel Spaß noch. Schönen Tag noch. Und tschöy.